So, wiederkommen bei Level 18 von Free Doom 2, der Open Source Reimplementierung von Doom 2. Feier auf den Namen, Free Doom 2. So, danke. Wow, Digga, der ist jetzt scharf geschossen. Das hier? Nur das nächste, okay. Eigentlich ist ja so dieses ganze Zeug hier relativ geil mit dieser Aposphäre. Das Problem ist halt nur die ganzen Bäume, wenn man da immer hängen bleibt, so wie im letzten Level oder in welcher Ecken und so. Das sind immer ganz schön Dreckkacke. Aha, von da wurde geschossen. Woa! Ja, das war nicht für die Kämpfe. Erstmal alle anlocken hier. Da ist eine Ecke, wo ich hängen bleibe, kann das sein. Ja, jetzt eine Ecke. Wo auch immer die jetzt herkommt, was auch immer die macht, oder wo auch immer ich bin. Äh, nein, das darf. Wenn ich mal herkomme, damit ich sie besser sehe. Wenn ich sie besser sehe, wie auf den Fox in die Schieße. Dann bin ich nicht mehr da. Ja, und jetzt schon das zu schrauben. Und ja, ich kann das vorhin schlauben. Ich kann das aber nicht und ich will nichts sagen, was ich brauche. Wenn ich eine Schraube stelle. ach da oben so wahrscheinlich sind ja auch hier oben ja war doch klar gleich drei stück hier ah ah oh scheiße, jetzt komme ich hier nicht durch ohne hier auszunehmen, kann das sein? ach so bullshit hier ach so bullshit hier ja gut ja Woa! Aber diese Viecher, die überleben müssen. Ah ja. Schieß dich mal aus. Ist er so? Ja. So, von hier kamen gerade Papel. Oh. Lecklich. Hätt am Arsch. Wow. Hör mal, wo kommen die denn immer? Leute. Oh Gott, Pinkies. Ich glaube, ich weiß, welche Map das hier darstellen soll. Also, welche Map das hier angelegt ist. Ach du Kacke. Wollt ihr mich ficken? Ach du Kacke. Ja, dann fickt mich doch. Scheiße, man kommt doch gar nicht mehr raus hier. Wie habe ich da? Oh, leck mich doch. War doch klar. War doch klar. Ich bin ein Arsch. Boah, alter, Leute. Ne, 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 ne. Hier, komm, hier. Da. Äh, danke. Oh, die kommt mir direkt her. Die Feuerwehr. Das macht dann sowas. Alter, was mache ich hier gerade? So, dann muss ich noch gucken, wie viele Raketen hinter mir her sind. Gar keine? Lol. Okay. Sehr nett. Dang. Boah, wir haben keinen riesigen Charme bekommen. Wow. Okay. Nice. Gefällt mir. Hier ist nichts drin. Nicht mal Secret Trainer, ihr Wichser. So, von hinten kann die Kacko-Bee-Man. Äh, die Pinkies. Ach, von hier. Okay. Sehr gut. Ah, doch. Danke. Sehr gerne. Hallo, ich bin's, der Ronny. Hi. Sehr verdächtig hier alle. Vor allem der Totenschädel da. Was ist das denn? Oh. Nee, kein Secret. Schade. Oh mein Gott. Es wird irgendwann verdächt. Wow, ihr beide garanzidiert, ich hoffe, wir sind Kacko-Dee-Man spawnen. Dankeschön über das Spawntier. Und klar, aber es kann wohl niemand. Ach nee, da war doch ein Leckwild-Koch am Arsch. Äh, wo kommt der denn jetzt wieder raus? Hä? Wo kommt der denn hier wieder raus? Verarschen? Muss der denn irgendwie wieder rauskommen? Oder muss der jetzt mal umbringen? Ja, man muss echt alle umbringen. Och, leck mich doch. Na gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen effizienter machen hier. Mit der hier. Nee, mit der hier. Okay, die erste hat bereits gespawnt. Aber warum sich die Kacko-Dee-Man nicht gespawnt? Na komm her. Hallo? Was? Die sind gerade irgendwo irgendwelche Leute gespawnt gekommen. Boah, Leckwild. Boah, ja super. Durch die Bäume sieht man es nicht mehr. Okay. So, jetzt versuche ich mal irgendwie die Kacko-Dee-Man rauszulocken. Vielleicht werden die hier auch mit der Trigger allein getriggert. Ja, also die Tür wird schon mal mit der Trigger allein getriggert. Das war ja fast klar. Ja, da kommen da alle. Die Tür kann nicht aufs Held gesteuert sein. Ist das möglich? Ach, Mann, Alter. Der wurde genau stehen, ey. Habe ich jetzt beides getriggert oder nur das einer? Da kommt raus, ihr Filmen, Bitches. Ich versuche nämlich jetzt praktisch erst zu warten, bis das Ding wieder hoch ist, wenn das Held gesteuert ist. Und dann versuche ich die nächste Line zu triggern, die diese Kacko-Dee-Man spawnen lässt. Oder, also, teleportieren lässt. Ah, wirklich Zeit gesteuert. Jawoll, Idee ist aufgegangen. Yay. Ach, du Scheiße. Wollt ihr mich ficken? Alter, Leute, ihr seid doch krank. Ihr seid doch durch und durch verdorben. Ja, ja, ist ja gut. So, ich muss mich jetzt aber auch auf diese Kacko-Dee-Man kümmern. So, ich befalle mich hier noch im Nachhinein. Kommen die durch? Ach, die kommen gar nicht durch. Ah, das war ja gesagt, natürlich etwas einfacher. Wobei das alle auch schon auf dem Haufen sind. Das ist natürlich ein bisschen... Boah. Bisschen gefährlich, wenn so viele auf dem Haufen sind. Boah, nein, 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 nein. Boah, Alter. Wo ist denn so viel fest denn hier? Scheiße. Voll betroffen. Hallo? Kommt noch einer. Hallo? Hi. Danke. So, diese Rissung brauchen wir nicht, aber wir nehmen mal das ganze Gedämpfee mit. Da kommt man drauf. Hier, danke. So. Jetzt echt gar nichts, ich so lange. Danke. Was bist du? Ach so, da war ich gerade. Ach du Kacke. Oh, da war ich gerade hier, Mann. Nein. Oh. Ach so. Wo ist der Zweite? Der kommt dann auch. Ja, ja. Schießt du schmale Gegend ab. Ah. Sehr intuitiv gestaltet. Nein. Mann, ich wollte da die Kacke aufnehmen. Ah. Was ich gerne mal geil finden würde, ist, dass wenn man auch so wie draufsteht, dass man dann irgendwie noch nur benutzen kann oder so was gucken muss, um die Dinger aufzunehmen. Da würde man die Kacke nicht immer aus Versehen mitnehmen. Das ist doch scheiße, du hast. Hä? Ich muss die Tür aufmachen, weil ich das Ding nehmen kann. Mach doch die voll sind und so. Oha. Ah. So ist das gedeckt. Das ist ein Trap. Das ist ein Trap. Dankeschön. So, jetzt kann ich dich aufnehmen. Danke. So. War jetzt hier noch unten? Genau, hier die Tür. Wie kriegt man die auf? Nee, auch nicht. Aber wie kann... Hä? Hä? Ah. Wow. Alter, ist das blindert. Ich muss erst die dringendrücken. So, jetzt geht das Ding da auf. Jetzt kann ich da rein. Ich muss das hier drücken, damit jetzt das Ding hier ausgeht und ich hier rein kann. Alter, wer findet denn sowas? So, hier sind wir tatsächlich wieder Leute gespawnt. Ach, hier ist was aufgegangen. Hallo? Hallo? Dankeschön. Wo komme ich da hin? Aha. Hier, wo die Kante nicht sicher war. Och nein. Lecko mio, Alter. Lecko mio. Das ist ein Rixi-Frett hier. Nächste sind wir hier. Oder wisst du was? Waren die noch zu Raketen? Ja, aber noch zu Raketen, oder? So waren noch die Raketen. Oh. Fuck you. Einer lebt noch. Für den anledigen kann ich mal jemand. Okay, andere durch. Achso, da haben wir noch eine Exploitte hier. Was? Oh. Ach, nö. Come on, I hate you so much. Geht doch. Dafür ist das Übershot dann gut. Gut, jetzt erwarte ich jetzt erstmal hier oben rauf und mische erstmal die Falle aus, damit diese Kappe nicht da runterkommt. Achso, das war jetzt wahrscheinlich die Bleistung. Äh. Fuck. Gut, ich brauche erstmal ein bisschen, äh, ein bisschen Gewehrmunition. Ob ernsthaft jetzt? Ach, leg mich doch, Mann. Okay. Der geht doch hier rein, direkt. Was? Och, nö. Komm. Jetzt wird es erstmal die Schatten gerade erledigen. Hier ist doch alles leer. Wo kommen die denn her? Ja. Ach, Mann, ich hatte es, um vor Heck zu bleiben. Warum gibt es hier keine Rückspiele? Komm, schieß doch. Arschlitter. Wo gehe ich jetzt da hinten rein? Dann wird es denn da hinten. Wow, komme ich gar nicht mehr rein. Oh, Leute. Was soll der eigentlich von mir? Gut, einfach gucken, wo wir hingehen. Einzig sinnvoll ist, dass er tatsächlich da ist. Oder da bin ich denn da oben? Oh, kacke. Erstmal ist das gleiche. Okay. Gut, machen wir es mal kurz anders. Aha. Jetzt habe ich für die Kacodine. What the fuck? Hallo? Wieso kannst du sowas? Arschloch. Ich bin geboren. Ich weiß nicht, aber wo noch nicht, was er Schalt eigentlich gemacht hat. Ah, okay. Das ist nice. Doch, das gefällt mir tatsächlich. Okay. Ah, das kann ich nutzen. Und zwar hierfür. Komm, hoch, 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 hoch. Jawohl. Ha. Und so bin ich in einem relativ geschützten Bereich. Und so bin ich in einem relativ geschützten Bereich. Was? Schatten alle weg? Ja. Gut, ich werde mich jetzt um euch kommen. Komm, ach. Ja. 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 da kommt man hier mit aufs feld drauf du kannst ja nicht arbeiten hier so haben wir alle karten haben wir noch die menschen bekommen gar keine was muss ich jetzt als nächstes tun wir haben jetzt so weit alle karten da waren wir drinnen da waren wir drinnen hier gab es gar nichts oder ach doch hieß was ah ok ah das ach du scheiße oh mein Gott nein nein hallo okay das muss man jetzt sehen gut ok dann also jetzt kann es noch so haben wir alle gegner dann kann ich jetzt die ganze munition noch mal überall einsammeln und dann sind wir direkt noch durch was war das klar oder war das klar so jetzt hier noch mal hoch aha na war doch klar ah gut muss ja noch mal hoch sehr schön gut jetzt haben wir wenigstens wirklich alle gegner der account da oben ist aufgefüllt jetzt kann also auch keine überraschung mehr kommen da können wir jetzt also in aller ruhe noch mal munition einsammeln da habe ich nachgeladen ja habe ich so russum kann mal auch fallen wobei jetzt 200er russum gibt es ja leider nicht alle sequels haben wir auch schon entdeckt soo hier darfst auch nichts weiter soo hier darfst auch nichts weiter aber jetzt ist das schon wieder geöffnet sehr schön ja ok gut mehr gibt es ja nicht können wir jetzt also doch beruhigt ins ziel laufen ach doch ja wow aha schau mal da es gab noch ein backpack wo war das hier jetzt so hier hinten kommt oder genau halt also wir hätten hier ja eigentlich nur zwei öffnen müssen ja hätte auch schon vollkommen gereicht na gut äh ja ach gut dann würde ich erst mal sagen schau mit v schau mal Vielen Dank.